Eine Frage, eine Antwort. Das sind unsere Quick-Tipps rund um das Thema Sonnensegel. In diesem Video beantworten wir folgende Frage. Wann werden Siebhülsen eingesetzt? Siebhülsen kommen zum Einsatz, wenn zum Beispiel Gewindestangen mit Injektionsmörtel in einem Mauerwerk mit Lochstein verankert werden. Durch die feine Gitterstruktur sowie die Abschlusskappe der Hülse wird Injektionsmörtel gespart, da sich dieser nicht in den Hohlräumen des Mauerwerks und zur Hülsenöffnung hin ausbreiten kann. Durch Siebhülsen kann man deutlich sauberer arbeiten, da nur so wenig Mörtel wie möglich und so viel wie nötig zum Verkleben herausgedrückt wird. Ein großer Vorteil von unseren Würth-Siebhülsen ist, dass man den Mörtel in die Hülse injizieren kann, die Hülse dann mit der Kappe verschließt und wenn dann die Gewindestange durch die gezahnte Öffnung in der Kappe eingeführt wird, sich der Mörtel gleichmäßiger verteilt, ohne sich zur Öffnung hin rauszudrücken. Weitere Tipps zur richtigen Anwendung von Injektionsmörtel haben wir in einem zusätzlichen Video für Sie zusammengefasst. Viele weitere Informationen rund ums Sonnensegel finden Sie auf unserem YouTube-Kanal oder in unserem Online-Shop. Haben Sie noch eine offene Frage? Schicken Sie uns die einfach zu!